Hallo, hier ist der Riccardo von der FaktaWir Beratungsgesellschaft und in dem heutigen Video geht es um die Frage, was sind denn eigentlich die schlimmsten Fehler, die im Jahr 2023 bei deinem Immobilienkauf passieren können? Den allerschlimmsten Fehler, den verrate ich jetzt zum Schluss, also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, um das nicht zu verpassen. Also fangen wir mal als allererstes damit an, dass du heutzutage auf jeden Fall den Kaufpreis nachverhandeln solltest. Ich hatte letzte Woche hier eine Kundin, die wollte eine Immobilie kaufen. Wir haben das Objekt bewertet und der Kaufpreis war maximal über den realistischen Grenzen. Und das ist ein Feedback, was ich immer wieder höre von den Leuten, dass sie vielleicht sich nicht trauen, einen Kaufpreis nachzuverhandeln, weil sie das Objekt unbedingt bekommen sollten. Und da musst du umdenken. Es ist heutzutage so, dass du auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Feld an Möglichkeiten hast. Es hat sich einmal komplett vom Verkäufer zum Käufermarkt gewandelt und du hast einfach viel, viel mehr Angebot als Nachfrage. Und das ist deine Chance. Du kannst heutzutage den Kaufpreis nachverhandeln, was am Ende dazu führt, dass du eine bessere Finanzierung bekommst, die Raten besser werden und am Ende du auch einen fairen Preis bezahlst. Wir hatten in der Vergangenheit die Situation, dass die Immobilien immer deutlich über dem normalen Marktpreis angeboten wurden. Und das war am Ende immer auch einen Ticken zu viel. Die Leute haben es trotzdem bezahlt, um diese Immobilie zu bekommen. Und genau diese Fehler darfst du heutzutage auf keinen Fall mehr machen. Die Immobilie muss fair bewertet sein und idealerweise zahlst du vielleicht sogar noch einen Ticken weniger, weil du gegebenenfalls auf einen Verkäufer triffst, der vielleicht auch gerade sogar verkaufen muss. Und das ist in dem Moment deine Chance. Der zweite Punkt, der super wichtig ist, dass du dir im Vorfeld auf jeden Fall darüber Gedanken machst, wie hoch dein Budget sein darf. Es ist so, dass aufgrund der gestiegenen Zinsmarktlage es leider Gottes bei den aktuellen Kaufpreisen zu deutlichen Mehrkosten bei den Leuten führt. Und jetzt will man das Haus ja vielleicht trotzdem haben, weil man sagt, naja gut, aber bei uns in der Gegend ist es nun mal der realistische Kaufpreis. Es ist vielleicht einfach nicht deutlich günstiger geworden, weil man einfach eine Top-Lage hat, wie zum Beispiel hier bei uns in Köln, in der Paripherie von Köln, gab es halt auch nur mittelmäßige Preissenkungen. Und genau in dem Moment hast du trotzdem aber auch eine Budgetierung über dein Einkommen. Und wenn du auf einmal jetzt bei 50 Prozent Kosten von dem Haushaltseinkommen landest, obwohl du vielleicht mit 40 Prozent kalkuliert hast, dann kann das am Ende einfach viel zu teuer für dich sein. Und ich habe einfach in der Beratung schon erlebt, dass dann Kunden zu mir sagen, naja, Herr Althaus, aber ich verdiene ja irgendwann mal ein bisschen mehr, das gleicht sich ja wieder aus. Oder ich kriege das schon irgendwie hin, dann mache ich halt keinen Urlaub mehr. Das heißt, man hat gemerkt, die wollen einfach diese Immobilie um jeden Preis und sind dann auch bereit, von diesen Größen abzuweichen. Und unser Tipp ist wirklich ganz klar, nicht mehr als 40 Prozent des Haushaltseinkommens auszugeben. Die Freude über die Immobilie bleibt, die Belastung bleibt natürlich genauso. Und wenn es zu viel ist und du dann nach ein paar Monaten merkst, dass du dich maximal übernommen hast, dann ist es sehr, sehr schwer, so eine Immobilie wieder abzustoßen. Also unser ganz klarer Tipp, mach dir darüber vorher Gedanken. Wir werden dir hier in dem Video auch mal ein Tool verlinken, wo du das genau berechnen kannst. Wir haben ein Excel-Tool entwickelt, wo du für dich dein eigenes Budget, also die Frage, wie teuer darf die Immobilie sein, genau mal ermitteln kannst. Der nächste Punkt, heutzutage ist es so, dass die Makler halt immer wieder auch Druck machen, wenn es dann darum geht, ein Haus schnell zu kaufen. Dann findet ihr das Objekt gut und dann merkt ihr auf einmal, dass der Notartermin schon gemacht wird und der Kaufvertrag liegt schon vor. Und dann wird immer auf jeden Fall gesagt, ja, wir müssen jetzt zum Notar, wir müssen zum Notar. Und lass dich davon bitte nicht irritieren, lass dich bitte nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern nutze die Möglichkeit, bevor du den Kaufvertrag unterschreibst, das Objekt wirklich eingehend auf Herz und Nieren zu prüfen. Nimm dir bitte jemanden mit, der einfach fachkompetent ist. Es muss nicht unbedingt immer ein Architekt oder ein Bausachverständiger sein, kann es natürlich, aber muss es nicht unbedingt. Es würde beispielsweise einfach auch ein guter Handwerker reichen, ein Freund, der einfach viel mit Immobilien zu tun hat. Es geht hier einfach darum, dass du die Substanz der Immobilie überprüfst. Ist es dachdicht? Gibt es vielleicht Schwamm im Dachboden? Wie sieht es im Keller aus? Ist alles trocken? Gibt es sonst noch irgendwelche Sanierungskosten, die gegebenenfalls hier auf dich zukommen, die du jetzt aber im Rahmen der normalen Besichtigung vielleicht gar nicht siehst? Und das ist super wichtig, weil erstens Nachfinanzierungen, später quasi Geld nochmal von der Bank zu bekommen, unheimlich teuer ist. Und zum anderen hast du ja dein eigenes Haushaltsbudget. Und wenn du auf einmal 3, 4, 500 Euro mehr nach ein paar Monaten an Kosten hast, weil du vielleicht einen teuren Kredit aufnehmen musst für den Umbau, dann kann das zuweilen einfach auch finanziell eine zu große Belastung werden. Und deshalb solltest du das vorher wissen, vorher überprüfen. Weil gerade auch Immobilien, die sanierungsbedürftig sind, bieten immer eine gute Möglichkeit, um da einfach auch nochmal am Preis nachzuverhandeln. Und das ist unserer Meinung nach auch mit der wichtige Tipp, dass man da wirklich ganz klar mal in die Prüfung geht. Der nächste Punkt, der immer mehr an Bedeutung gewinnen wird, ist die Frage, was für eine Energieeffizienzklasse hat das Haus. Und ihr solltet euch auf jeden Fall den Energieausweis aushändigen lassen. Ich habe letzte Woche mitbekommen, dass beispielsweise ein Kunde da gar nicht drauf geachtet hat. Wir hatten dann ganz zum Schluss erst den Energieausweis bekommen. Der war sehr, sehr grottig. Und ich habe dem Kunden in der Tat auch geraten, das Objekt nicht zu kaufen. Warum ist das so? Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass es auf Seiten des EU-Parlamentes oder generell auch der gesetzlichen Entwicklung einfach in die Richtung geht, dass Gebäude und im Prinzip Wohnobjekte energetisch saniert werden sollen. Und es ist so, dass die EU-Richtlinie sagt, dass Immobilien bis zum Jahr 2023 die Energieeffizienzklasse E erreichen sollen und bis zum Jahr 2030, nicht 2023, und bis zum Jahr 2033 sogar, zumindest angedacht, die Energieeffizienzklasse D. Und hier ist es so, wenn du jetzt ein Haus mit Energieeffizienzklasse H kaufst, dann bedeutet das, dass das Haus einfach energetisch noch weiter optimiert werden muss. Wir sprechen da über neue Fenster, wir sprechen über neue Türen, wir sprechen über eine neue Außendämmung, wir sprechen gegebenenfalls über eine neue Dacheindeckung mit Dämmung oder halt über eine Geschossdeckendämmung. Wir sprechen hier über Positionen, die sehr, sehr teuer werden können. Wir reden da vielleicht sogar über 100.000, 150.000 Euro Sanierungskosten, um diesen Standard zu erreichen. Und das ist etwas, was erstmal noch in der Zukunft liegt, aber man sieht ganz klar die Tendenz. Und wenn du jetzt so eine Immobilie kaufst, die halt eine schlechte Energieeffizienzklasse hat und dann gegebenenfalls einfach das gar nicht auf dem Schirm hast oder du dein Budget so knapp geplant hast, dass kein Puffer mehr da ist, dann wirst du ein Riesenproblem bekommen, weil du einfach dann auch gegebenenfalls gezwungen wirst, deine Immobilie zu sanieren. Sicherlich gibt es dann auch irgendwelche Förderprogramme von der KfW, aber trotzdem sind es alles Mehrkosten und Mehrbelastung. Deshalb mein Tipp oder unser Tipp, achte wirklich darauf, dass das Haus eine gute Energieeffizienzklasse hat. Wenn du bei D oder E bist, wunderbar, musst du dir keinen Stress machen. Wenn du vielleicht ein bisschen schlechter bist, dann schau mal, was kann gegebenenfalls verbessert werden. Meistens bringen auch schon neue Fenster und neue Türen, was von den Kosten halt so weit überschaubar ist. Aber achte da bitte auf jeden Fall drauf. Der nächste Punkt, der uns aufgefallen ist, dass sehr, sehr viele Leute den Wunsch haben, gerade bei Immobilien, gerade bei Häusern eine große Wohnfläche zu haben. Viel Platz bedeutet Freiheit, bedeutet sozusagen eine Möglichkeit, sich zu entfalten. Aber du hast auch vielleicht mitbekommen, dass in den letzten vor allem zwei Jahren die Nebenkosten, vor allem für Gas, Strom, Wasser, Grundsteuer, schon sehr, sehr deutlich angezogen haben von den Kosten. Wir haben früher immer mit drei Euro der Quadratmeter gerechnet. Mittlerweile gibt es schon die ersten Banken, die mit fünf Euro der Quadratmeter kalkulieren. Stellt euch das mal vor. So, das ist ein großer Unterschied, ob du jetzt eine Wohnung oder ein Haus mit 150 oder 185 Quadratmeter Fläche dir aussuchst. Bei 150 Quadratmeter liegen die Nebenkosten bei 600 Euro im Monat. Bei 185 liegst du bei 740 Euro Nebenkosten. Also mal eben 140 Euro mehr. Hinzu kommen sozusagen dann halt auch noch Mehrkosten für Reinigung und so weiter. Also von daher überleg dir bitte wirklich ganz genau, wie viel Wohnfläche du brauchst, womit du klarkommst. Ich will nicht sagen, dass je kleiner umso besser ist. Es muss natürlich auch so sein, dass du dich wohlfühlst und dass halt alle auch deine Bedürfnisse mit der Wohnfläche, mit dem Haus befriedigt werden. Aber übertreibst nicht, zumindest nicht dann, wenn du es dir nicht leisten kannst. Wenn du dir das leisten kannst, ist es natürlich super, ein Riesenhaus zu haben. Aber schau bitte wirklich da genau auch auf die Verbrauchskosten. Im Zweifel lass dir einfach mal die aktuellen Verbrauchskosten aus dem letzten Jahr von den Vorbesitzern geben. Dann kannst du es dir mal ganz genau ausrechnen. Schau dir mal an, wie ist der Strompreis, den die aktuell zahlen. Wenn die jetzt irgendwie noch 20 Cent zahlen und aktuell liegt der Strompreis bei 35 Cent, weißt du, dass du auf jeden Fall dann auch da mehr einkalkulieren musst. Und achte bitte darauf, dass die Grundsteuern auch sukzessive angepasst werden. Ansonsten, der meiner Meinung nach aller, aller wichtigste Fade, der passieren kann, und der größte Fehler ist, dass du zwar eine Immobilie aufgebaut oder zumindest eine Immobilie gekauft hast und alles aufgebaut hast vom Konzept her, aber dass du keine Absicherung getroffen hast. Es gibt nun mal Dinge im Leben, die kannst du nicht beeinflussen. Es ist manchmal so, dass du vielleicht krank wirst oder dass irgendein Schicksalsschlag euch ereilt. So, und wir hatten leider Gottes schon Erlebnisse, wo dann eine junge Familie uns angerufen hat, die woanders finanziert hat. Und ja, dann ist dann in der Tat da jemand verstorben, und zwar der Hauptverdiener. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn halt auf so einem Haupteinkommen alles fußt und das komplette Darlehen darauf abgestimmt ist und derjenige fällt weg und hatte keine Absicherung getroffen, dann ist es ein Riesenthema. Aber das Objekt muss oder die Immobilie muss dann am Ende verkauft werden. Ja, die Familie muss ausziehen. Und bei diesem ganzen Leid, was man sowieso schon hat, kommt das auch noch hinzu. Deshalb, mein Tipp, sorgt vor. Das bedeutet, sorgt dafür, dass ihr eine Risikolebensversicherung habt, dass wenn auf jeden Fall der Hauptverdiener, am besten aber auch beide, wenn da irgendwas mal passiert, dass zumindest eine größere Einmalzahlung vorhanden ist, damit ihr laufende Kosten decken könnt oder idealerweise das Haus sofort abzahlen könnt. Zweitens das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Wenn ihr mal ausfallt über den längeren Zeitraum, dass zumindest auch euer Nettoeinkommen, was ihr bekommt, was auch für sozusagen die Kostendeckung sorgt, dass das zumindest abgesichert ist. Plant das im Vorfeld wirklich mit ein. Das sind so die Dinge, die ihr nicht beeinflussen könnt und die riesen, riesen Probleme machen. Und das wollen wir ja alle nicht. Deshalb guckt, dass ihr nicht nur einen Kredit aufbaut und eine Mobil kauft, sondern dass ihr auch eine Kreditabsicherung macht. Im Rahmen unserer Beratung ist es immer Teil, dass wir im Nachgang mit unseren Partnern immer noch eine Absicherungsplanung machen, damit genau sowas nicht passiert. Ja, ihr seht, das sind so die schlimmsten Fades, die passieren können, wenn man eine Immobilie kauft. Achtet bitte darauf, dass euch das nicht passiert, damit ihr einfach super happy auch dauerhaft mit eurer Immobilie seid. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Zum Abschluss möchten wir dir noch etwas ganz Besonderes mit auf den Weg geben. Und zwar haben wir extra für dich einen Kurs erstellt von der Idee des Immobilienkaufs bis in die eigenen vier Wände. In zehn kurzen Videos erfährst du alles, was wichtig ist. Wir haben ein Berechnungstool zum Thema Ermittlung des Kaufpreises, Tipps zur Suche, Tipps zur Besichtigung, Tipps zur Kaufpreisverhandlung mit Vorlagen, über die Finanzierung, über den Notartermin. Alles, was du brauchst, ist in diesem Kurs. Also schau dir das auf jeden Fall mal an. Klick auf den Link und dann kommst du direkt dorthin. Du musst dich auch garantiert nirgendwo eintragen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn du dir weitere Videos von uns anschaust mit ganz vielen nützlichen Tipps. Wir blenden hier einmal die Playlist ein. Und darüber hinaus, wenn du mit uns Kontakt aufnehmen möchtest und dich beraten lassen möchtest rund ums Thema Finanzierung oder auch Tipps zum Vorfeld brauchst, kannst du hier mit uns Kontakt aufnehmen. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.